Du 50 Cent, Excalibur. Daniel will ja immer, dass ich Excalibur spiele, der Drecks sagt. Achso, ich will mal aufmachen. So, bitte nur Köpfe, nix anderes. Da, da ist er. Oh nein, Mann, Mann, ey. Ich hab auf so 40 Cent, ich hab keinen Bock auf so kleine Kack-Symbole. Du musst ja schon zwei, drei Mal verlängern, du. So, ich muss mich mal hier richtig vorpflanzen. Ah ja. Hat der da einen Schaden im Bildschirm, oder? Oh, komisch. Ja, ja, ich mein hier. Mit dem Lapp, ey. Was ist denn los, ey? Das ist mal ein scheiß Vierer hier. Aber da habe ich einmal sechs Stunden ein Jackpot gespielt, ne? Ja, ist gerade gut. Da ist der Jackpot so gerade von abgegangen. Ja. Ich verbrenne in der Halle. Aber das war das einzigste Spiel, das mich eigentlich nur so gerettet hat. Ja, gut. Weil der hatte nun ein schwieriges 30er-Paket draufgegangen, der Chef. Ah, von Schade. Da war das spielhaft, weil das ist gar keine Variante, wenn wir mal top gehen, wenn wir bingen oder irgendwas. Ja, so ein Geier-Paket. Aber das war wirklich, über eine Zeit war das gut. Aber dann merkst du wieder, dass das hier die Sparflamme ist, die Multikiste, weißt du? Die Multis San Francisco, ja. Die Bürste. Nein. Das war die klassische Idee. 9,80 Euro. Bist du da hinten am Bimmeln, Digga. Du meinst, wir genießen nachher nochmal... ...ein saftiges Bierchen, sagst du, oder was? Glaubt er. Ah ja. Ah ja, 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 ja. Du hast schon nackt, hast du es gesehen? Schnell. Ja, ich bin doch hier mit dem Handy beschäftigt mit dem anderen. Ich schalte eigentlich gerade mal drauf. Ich wollte eigentlich ein bisschen erhöhen. Einmal geht noch dicker. Komm, knall dem eine. Moment, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ah, guck mal, da ist die Macht. Ja, klar, das hat die Macht. Okay. Vielleicht nächstes Jahr. Er hat die letzte Mal raus im Brand geholt. Und da hat Mistpferd, ne? Ja, der Gold. Ja, aber 60 Cent hat er, glaube ich, 4 Stück, ich bin schon 120 oder so. Ja, der wird die schon geknallt, hat er. Ja, er hat auch geknallt. Ah ja. Was für ein Stück schmeißt du? Was für ein Stück schmeißt du? Ja, Spahn, Digga. Ja, ne, ja. Dörgsschwein. Nicht mal gebucht, ne? Für ein 80er. Was ist komisch hier in diesem? Jetzt. Und da ist ja so schön in der Lage hier, ne? Ja, da ist ja so schnell in der Lage, ne? Ja, da ist ja so schnell in der Lage, ne? Ja. Anstubend. Sput. Ja, ich darf aber den Scheißlauf, du. Drück 60 Cent jetzt. Ja, da wäre was gewesen. Ach ja. Also, damit ihr aber bescheuert ist, Leute, dann ist hier Spielvariante D wieder. Automata San Francisco. Ah ja. Ach, komm doch da rein, wäre voll gewesen, 120, so ist ein 30er, Digga. Da musst du jetzt, da musst du durch jetzt. Hat man jetzt am Arm hier meine Tätowierungen gesehen? Wo ich da oben hingezeigt habe, habe ich jetzt gerade gedacht. Ja? Weiß ich nicht. Ja, unten jetzt nicht unbedingt. Gott sei Dank, jetzt will ich was sehen. Du musst einmal berühren, einmal musst du ihn berühren. Ey, warum kriege ich denn jetzt auch noch Schwule anrufen? Was soll das denn jetzt? Komm. Guck mal. Na ja, für länger noch, du Pissenelke. Guck mal, vierer, locker jetzt. Ah ja. Nee, mach nicht. Ich will doch jetzt auch wieder nichts schmeißen, ne Pisser. Ganz ja froh, wenn er einmal drei kriegst. Aber du wär ich auch, sagen wir mal so. Aber gar nichts, Alter. Den sind so weit von tot, die Spiele, ne? Ja, aber den weiß ich nie. Wenn er da im Raum fliegt, war mal ein Witz. Ja, ja, klar. Kann immer passieren. Das ist unberechenbar. Aber gar nichts, Alter. Ich mach zwei, ey. Drei wären ja auch nur Spiegel. Verstehst du, was ich meine? Ist doch nicht so, als wenn du jetzt davon nie überleben könntest. Ja. Ist schon schade, ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist echt bitter. Komm, kriegst du den Kopf mal, ne? Dann nur Dreck. So, der kommt nicht weiter als diese schwulen 10 Euro oder sowas, ne? Ja. Aber da kannst du ja auch froh sein, dass der... Du warst halt noch weit dran an der Spielvariante, ne? Naja. Da kannst du froh sein Dingens, dass er so schnell hintereinander reingeht. Schau mal vor, der dauert 100 Jahre. Ja. Und dann kriegst du solche Gewinne am Ende. Alter Dreck, so. Naja. Ich denke mal, jetzt braucht er ein paar Anläufe. Jetzt geht er nicht bei der nächsten Chance rein, so wie jetzt gerade. 2 mal in Thailand, ne? Wart sie? Ne. Guck dir das an. Einen höher wenigstens. Ja. Scheint 300 Euro gewesen, ne Scheisskiste. Ne, 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 ne. Mann, 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 Mann. Natürlich schon wieder leicht nervig, sowas. Das ist schon ein bisschen angegöttelt, ne? So, ich lass den bis 36 laufen. Dann kriegt der hier von mir eine Runde Roulette um die Ohren. Entweder ja oder nein. Ne, warten die U-Saug her. Guck mal den so gut am Glatzen. Die gute Excalibur Station hier, oder? Ja, Daniel, das ist natürlich bitter bis jetzt, ne? Gar nichts geschmissen, ne? Gar nichts geschmissen, ne? Gar nichts geschmissen, ne? Nein, nein, hab ich ja gesagt, nichts nächste Chance. Ja, nun, jetzt muss noch nicht vorbei sein. Ne, ne, aber wie gesagt, ne? Ich spiel mal nebenbei das Kachspiel, was ich ja eben drunter gespielt hab. Voll die Gewinner. Wie逃, wie, 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 wie? Altes Schwein musste eigentlich auch mal reingehen, um Wunderschmarrange Zeit. Sollte man mal was zeigen. Ja, kann das sein. Popsymbol zwar schon da gewesen, gibt jetzt gleich, wenn er reingeht den Wungen oder die Krone. Meinst du? Ja. Oh, ein gutes Symbol, ey. Na ja, ich wollte doch nicht kommen. Scheiße. Fetz. Aufsche Snack, ja. Hast du Apfelsack? Oh oh. Ja, Mann. Hab ich länger nicht gesoffen, du. Oh ja. Geier, ey. Geier, ey. Geier, ey. Du nicht. Geier, Geier. 60 Cent wollte er nicht. Geier jetzt auf 40 Cent macht er auf, wenn er nicht mal irgendwas. Damit er mal reingeht. Das ist ein Witz, ne? Ja ja, deswegen will ich ja gerne mal ins Spiel rein. Um zu gucken, was er im Spiel macht, weißt du? Kann ja sein, äh, außerhalb so, aber im Spiel so, ne? Ist ja wie Dingels. Weißt du mal Spiel Variante D? Weil er ist doch total krass. Nee. Spiel Variante D kann auch mal einen Kracher rauswerfen, aber... Ne Quatsch, D ist äh, Dingels. Der gewinnen öfters mal Leute. Zwei, dreihundert. So eine Variante. Ja, ja. Der ist nicht so ein Großauszahler. Kann natürlich auch mal passieren, aber... Ist eher so eine Variante, dass der... So dreihundert, zweihundert, dreihundert... Wie viele? Weißt du, wie viele hier schon wieder... Weißt du, wie viele hier schon wieder... Weißt du, wie viele hier schon wieder ungewaschen drin sind? Nur weil die schon wieder verzoppt sind, ein bisschen in der Haarspitze. Guck dir die Bilder an. Ungewaschten Kölner hier rein, du. Er ist verseucht, oder? Er ist verseucht, oder? Nein, nein, nein. Du bist ja gar nicht näher rum. Auf? Karates Dinky. Klar bin ich darauf eingegangen, ich hab ja gesagt, du wolltest es nicht bekloppt machen. Du bist schon geprägt. Ich geh auf alles einfach. Du bist schon geprägt. Ich bin geprägt, das kannst du dir gesagt sein lassen. Auf jeden Fall. Klar bin ich geprägt. Das wird die Abonnenten mal später mal bekommen. Das ist... Ja, klar. So, hat der Roulette drauf, dann kriegt er eine vermasselt. Dann möchte ich mich nicht drauf. Klar. Nee, in dem 197 Leben nicht, Mann. Komm, du Pissweiler. Wenn ich den Pack spiele, ich für dich einen 20er. Dann fühle ich aus, ne? Ja, ja, kannst du machen, Kalla. Komm, du alte Kackschäse. Ja, was machst du da? Wie, was machst du da? Was soll drücken? Ich streichel dir doch dummer. Ja, ich bin ja da am drücken, aber der Bildschirm war verzogen, Mann. Guck, genauso wie jetzt. Scheiße. Da geht der jetzt rein, oder nicht? Drei Euro auf Null und... Yalla. So, Leute. Wollen wir ins Kicke? Ja, das ist die 10. Er ist aber sauber gelaufen. Ich war ja abgeschissen. Oh ja. Nicht gepackt, dafür... Was ist denn? Ja, dafür ist hier tot, ey. 35 Euro. Ja, ich gehe noch wie bei mir in den Fall segeln. Ja. Herzlichen Glückwunsch. 12 Fall spielen. Eine Affenmucke, du. Jetzt war es ein Spacko da, ne? So wie der läuft, gefällt mir das Spiel vom Kopf an nicht. Guck wie oft der durchläuft. Das ist... Ja, das ist nur dann... Aber von mir warst du diese Empfehlung. Kannst du mir das erklären? Nur von mir. Du bist gleich gelüftet. Weißer für eine Scheiße, oder? Das ist wie Eier of Horrors, oder was? Ach, das sind wie Eier der Wurst, oder? Ja, ja, oder? Und wo ist das schon... Ist das Spiel? Gott, das ist wirklich... Na ja, kannst du... Kannst knicken, hab ich kackt, Spiele. Ich hätte jetzt echt gedacht, ich werde irgendwie anders im Einer rumhalten. Boah. Ganz schnell raus. Aber ganz schnell. Viertel, viertel. So Leute, viel Spaß mit dem Video. Abonnieren, nicht vergessen. Moneymaker und Popcorn haut rein. Ja, aber es passt jetzt mal zu sein. Da gehen wir das an. Ja. Prennen. Wenn ihr da!